Hallo Dino! Hallo Dina! Wie geht es euch heute? Habt ihr Lust Autos anzumalen und Farben zu lernen? Großartig! Dann fangen wir an! Lasst uns dieses Auto lila anmalen! Lila! Lasst uns dieses Auto rosa anmalen! Lila! Rosa! Lasst uns dieses Auto rot anmalen! Rot. Lasst uns dieses Auto orange anmalen. Orange. Lasst uns dieses Auto gelb anmalen. Gelb. Lasst uns dieses Auto grün anmalen. Grün. Lasst uns dieses Auto blau anmalen. Blau. Wow, Freunde. Wir haben heute so viele unterschiedliche Farben gelernt. Lasst sie uns wiederholen. Lila. Rosa. Rot. Orange. Orange. Gelb. Grün. Blau. Bis bald, Freunde. Wir sehen uns. Hallo, Dino. Hallo, Dina. Wie geht es euch heute? Habt ihr Lust auf Trampolinen zu springen und Farben zu lernen? Großartig. Dann fangen wir an. Das macht so viel Spaß. Schau, Dino. Ein roter Ballon. Kannst du ihn fangen? Rot. Es gibt sogar ein Geschenk, Dino. Los, fang den orangenen Ballon, Dino. Orange. Und ein schönes Geschenk, Dino. Da ist ein gelber Ballon, Dino. Fang ihn, bevor er davonfliegt. Gelb. Und noch ein Geschenk, Dino. Schau, Dina. Ein grüner Ballon. Kannst du ihn fangen? Grün. Ja, da schau her, Dina. Noch ein Geschenk. Fang den blauen Ballon, Dino. Blau. Schau, Dino. Noch ein Geschenk. Oh, was für ein wunderschöner lila Ballon, Dina. Versuch ihn zu fangen. Lila. Und noch ein Geschenk, Dina. Schau, Dino. Ein rosa Ballon. Versuch ihn zu fangen. Rosa. Gut gemacht, Dino. Gut gemacht, Dina. Wir haben heute so viele Farben gelernt. Wir haben heute so viele Farben gelernt. Sollen wir sie wiederholen? Rot. Und noch ein Geschenk. Nein. Nein. Wir fahren heute so viel Wald. Gut. Blau Lila Rosa Bis bald, Freunde. Wir sehen uns. Hallo, Dino. Hast du Lust, heute mit uns Formeln zu lernen? Toll! Fangen wir an. Kreis Kreis Oho Vier Eck Rechteck Rechteck Oho Raute Oval Oval Oho Dreieck Oho Oho Stern Stern Oho Gut gemacht, Dino. Lass uns alle noch einmal wiederholen. Kreis Viereck Viereck Rechteck Raute Oval Dreieck Dreieck Und Stern Wir sehen uns bald für ein neues Abenteuer. Hallo, Dino. Hallo, Dino. Hallo, Dina. Wie geht es euch? Oho Habt ihr Lust, Marmelade zu kochen und Farben zu lernen? Großartig, dann fangen wir an. Lass uns Traubenmarmelade machen. Oho Oho Lila Oho Oho Lass uns Kirschmarmelade machen. Lass uns Kirschmarmelade machen. Rosa Lass uns Erdbeermarmelade machen. Lass uns Erdbeermarmelade machen. Lass uns Erdbeermarmelade machen. Lass uns Erdbeermarmelade machen. Oho Rau Braun Braun Lass uns Erdbeermarmelade machen. Lass uns Erdbeermarmelade machen. Oho Orange. Lasst uns Zitronenmarmelade machen. Gelb. Wow, Freunde. Wir haben heute so viele Farben gelernt. Lass sie uns wiederholen. Lila. Rosa. Rot. Braun. Orange. Gelb. Bis bald, Freunde. Wir sehen uns.